Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Zahlen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Zahlt, zahlte, hat gezahlt. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich zahle, du zahlst, er zahlt, wir zahlen, ihr zahlt, sie zahlen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich zahlte, du zahltest, er zahlte, wir zahlten, ihr zahltet, sie zahlten. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe gezahlt. Du hast gezahlt. Er hat gezahlt. Wir haben gezahlt. Ihr habt gezahlt. Sie haben gezahlt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich zahle. Du zahlst. Du zahlst. Er zahle. Er zahle. Wir zahlen. Ihr zahlet. Sie zahlen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich zahlte. Du zahltest. Er zahlte. Wir zahlten. Ihr zahltet. Sie zahlten. Den Schluss macht der Imperativ. Zahle du. Zahlen wir. Zahlt ihr. Zahlen sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb zahlen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb.